Improvisationen sind Sticker, die aus dem Moment heraus entstehen. Die gehen nicht abgeschrieben, die werden am Moment selber gespielt. So wie sie gespielt wurden, können sie nicht noch spielen. Wir wollten die Feier unbedingt mal Willi Bohr das Lied aufschleißen, weil wir Willi Bohr das Kirchhaus sind, wir sind halt Willi Bohr das Dach. Und da haben wir Improvisationen über das Thema gefehlt zum Schluss des Programms. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 UNTERTITELUNG 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 Amen. Amen. Amen.